Ja. Dann möchte ich mal den Schalter da hinten drücken. Ich möchte den Schalter drücken! Raymond! Triff doch! Triff doch sonst immer! Hey! Raymond! Mann! Ich möchte da rein. Oder ich darf da noch nicht mehr rein. Aber wie kriege ich diesen Bob da weg? Alter! Was ist das? Wie kriege ich diesen Scheiß? Ah! Das erklärt vieles. Moment. Muss ich etwa... Muss ich etwa wirklich... Ach, wie asy. Alter, ich glaub es nicht. Das muss man wirklich machen. Hart. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt weiß, wie man diese komischen Trampelbobs da wegkriegt. Wow, jetzt hab ich mehr und... Ich krieg mehr und mehr Bobs. Erst Trampel... Erst Explobobs von, äh... War das Homer J? Ich glaub, es war Homer J. Mit seinem Kanal, der mich irgendwie da drauf gebracht hat. Dann kam ich auf Raketenbobs. Ach, mal kurz nebenbei ein Teechen trinken. Mh, no, no, lecker. Sehr schön, noch einen gerettet. Viel von sieben. Ich hoffe, wir kriegen noch keinen Rest. Alter! Wie viel Life haben wir, bitteschön? Oh, crap. Das mag mir nicht gefallen. Das mag mir auch... Puh, das find ich jetzt echt hart. Okay. Läuft... Was? Ich dachte schon... Hüah! Boah, ich erwische dich. Du Äumel. Schussauflagen. Und Pam. Wow, das zieht ihn viel. Und das war der Rest. Alles klar. Miep. Ach, leck mich doch. Ja, Moment. Nee, dann geh ich erstmal hier lang. Ich muss erstmal gucken, was hier so ist. Moment, hier ist doch noch einer. Hier ist irgendwo noch einer. Ich will ihn er... Ich will ihn retten. Ich will ihn erretten. Äh, Raymond, das solltest du gerade nicht machen. Schmeiß das Scheiß, denk mal. Aber wo ist der? Ach, da. Ach, da. Ja. Erwischt. Sehr schön. Wunderbar. Dankeschön. Dann... Weiter geht's. So. Also... Lang... Allzu lange... Okay, der hat gezählt. Ich hoffe, ich treffe jetzt... Boah. Boah. Komm, Raymond, schnelle, schnelle, schnelle. Juhu. Wir haben's geschärft. Okay, weiter geht's. Ich feier die Musik hier, weil... Muss ich ja mal ehrlich sagen. Okay. Ah, fuck. Bitte nicht nochmal. Und nochmal. Ja. Dankeschön. Er hat getroffen. Äh, weiter. Wuhu. So. Das erwischt. Das Fässchen hier nehmen. Mach ich mal wieder ein Fass auf. Aha, aha, aha. Es ist immer noch unnäßig. Und... Los geht's. Auf das ich dieses Mal nicht so hart fahle. Bäh. Wo ich immer noch das Klicken von der Zeit höre, verstehe ich nicht so ganz, aber egal. Ah, jetzt hat's aufgehört. Okay. Ach, kacke. Okay, auf ein neues... Ja. Hüpper. Ja, das haben wir geschafft. Wir machen ein weiteres Fass auf. Ich bin mal gespannt, wie oft ich diese Sequenz hier jetzt machen muss. Die geht mir jetzt doch so langsam eiligermaßen auf den Sack. Um es mal nett auszurücken. Bäh. Eigentlich das nur, oder kackt das fast irgendwie die ganze Zeit ab? Bäh. Okay. Ich muss die ganze Zeit ein bisschen gegensteuern. Oh, fuck. Bitte, bitte. Nein! Ach, komm schon. Ernsthaft? Das ist echt unfair. War gar nicht getroffen. Jetzt treff doch! So, weiter geht's. Ja, du. Sollte wirklich aufhören zu singen, das stimmt. Ja, tschuldigung. Mann, diese Melodie rechts, wie ich einfach rührt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich find's einfach wieder lustig. Ah, dieses Kackfass. Okay, hier ist der Ausgang ein bisschen höher. So. Au. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Uff. Bäh. Scheiße. Alter. Was ist das? Irgendwo ist noch einer. Der ist wahrscheinlich da oben. Na, klasse. Nein, der ist ja nicht. Irgendwo hier ist noch einer. Du bist hier irgendwo. Ich will dich erretten. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, da war er. Au. Hä? Vielleicht hier. Halt. Jo. So. Ah. Da ist der kleine Kerl. Yay. Was? Schon? Ich hab aber noch nicht vor, ins, äh, ein Portellchen zu springen. Eigentlich. Weil ich meine, einige übersehen zu haben. Hm. Äh, hier ist wirklich schon das Ende? Krass. Wie der, dieser supergeile Tanz, wo keiner eine Ahnung hat, warum. Ja. Verdammt. Na gut. Mal sehen. Ich glaube, ich hab grad mal ein paar Looms gekriegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viel zu wenig. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen müssen. Hm. Oh, schwarzer Tee. Nomnom. Lecker. Immer wieder gerne. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Ich weiß gar nicht, wie viele Looms ich jetzt habe. 433, 800 waren es. 600 brauchen wir. Ah, kacke. Daten wurden überschrieben. Wunderbar. Wir haben... 480. 485. Oh, haben wir doch... Wir haben... Ich hab doch mehr Looms eingesammelt, als ich gedacht habe. Die Klippe. Äh... Das ist perfekt für einen Cliffhanger. Oh, scheiße. Der war so low. Der war sowas von flach. Äh... Ich möchte hier eigentlich jetzt einen Keks essen. Aber ich krieg ihn nicht raus! In der Zwischenzeit. Das gefangenen Schiff. Sklaven an Bord. So und so viele. Brutalität, ja. Er hat schon zwei Masken. Du dämlicher Affe! Sagt ein Roboter zu einem anderen Roboter. Den rein schicken und finde ihn. Ich will ihn tot sehen. Das hast du schon öfter gesagt. Das hast du schon viel öfter gesagt. Juhu, ich habe endlich einen Keks daraus gekriegt. Mh. Lecker. Nomm, nomm, nomm. Okay. Ja! Leck mich doch! Okay, ich glaube, das wird ein schneller Run. What the fuck? Au. Oh, fuck. S. Au. Kann es sein, dass ich hier gerade auf alles reinfalle? Mist! Oh nein, nicht wieder sowas. So. Jetzt kriegt ihr aber auf die Schnauze hier. Die Kack-Rakete. Wääh! Uff. Was ist das denn? So, der wollte ich noch helfen. Wääh! Alter! Oh, kacke. Jetzt muss ich ja noch hier schnell sein. Also, ich muss zugeben, das stresst mich gerade etwas. Bäh! Und dann noch diese nette Kamera-Wechsel. Bäh! Du Kacke! Erwischt. Erwischt. Sehr schön, wir haben... Soweit. So, weiter geht's. Nö. Au. Wäh! Bloß weiter. Bloß weiter. Wo kommt sie runter? Da kommt sie runter. Au. 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 Sehr schön. Der haben wir auch geholfen. Und... Ein da. Puh. Okay, das war stressig. Muss ich zugeben. Hm. Direkt erstmal wieder was essen. Nom, nom, nom. Okay. Oh, fuck. Es geht weiter. Au. Nö. Übertreibt doch... Junge. Nö. Boi. Na, klasse. Na, klasse. Kann das sein, dass das Ding langsam... Oh, fuck. Boi. Okay. Okay, 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 okay. Scheint... Uah. Zu klappen. Irgendwie. Okay, wir haben einen kleinen Speicherpunkt erreicht. Da! Jetzt rollen hier auch noch diese Kackfässer runter. Was? Und cool. Und cool. Oh, toll. Dieses Schiff, ne? Geht mir geringfügig auf den Sack. Habe ich das schon mal erwähnt? Vorzuge lieber den... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, fuck. Und cool. Das Ding versinkt. Es versinkt. Glaube ich zumindest. Au. Boah, jetzt reicht's. Kriegst du den aufgeladenen hier ins Gesicht? Ich will hier weiter. Jetzt. So, leben her. Und weiter. Der noch schnell helfen. Das noch frei machen. Weiter geht's. Und heppa. Ich weiß, ich habe einen Loom zu besinnen. Hätte ich mir locker holen können. Aber das war mir jetzt gerade egal. Juhu. Und runter geht's. Oh. Ging eigentlich. Ging eigentlich. Es ist zwar irgendwie stressig, aber es funktioniert. Alter, Finne. Jetzt geht das weiter? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Schiffe hasse? Wir haben definitives Tourette. Ähm. Fuh. So, schnell mal. Das kaputt macht. Äh. So. Hey, wir haben voller Energie. Cool. Äh. Alter, jetzt wollen sie es aber wissen, ey. Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen. Hier. Meine Fris. Jetzt kann ich ja nicht mal was erzählen. Ich glaube, ich muss mal so ein Laber-LP anfangen. So Minecraft oder so. Ne, wahrscheinlich würde ich dann wieder noch mehr zugehatet. Hey, du Kackbrun, du spielst Minecraft. Mach's voll, Krona, mach's voll. Mach ich alle nach, die Minecraft spielen. Genau. Ach, du Scheiße. Ach, ne. Das packe ich nicht. Fuh. Ja, danke.